Männer gehören an den Herd. Kochen mit Curtis Stone. Curtis Stone ist der aufsteigende Stern am Kochhimmel. Seine Küche ist raffiniert, einfach und genial. Der junge Australier verwendet ausschließlich frische und natürliche Produkte und kombiniert diese mit ausgefallenen Ideen und Tricks. Für das Kochbuch »Jetzt wird's heiß« hat Curtis Stone 24 seiner Lieblingszutaten ausgewählt. Nach den Jahreszeiten geordnet, gibt es für jede Zutat drei Rezepte. Ein einfaches, ein etwas aufwendigeres und ein sehr anspruchsvolles. Die Kreativität von Curtis Stone macht jedes Gericht, auch die simplen, zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Ob beim Dinner mit Gästen, beim Kochen für jeden Tag oder schnell mal zwischendurch. Curtis Stone wurde 1975 in Australien geboren. Bereits mit fünf Jahren entdeckte er, tatkräftig unterstützt von seiner Großmutter, seine Leidenschaft fürs Kochen. Nach seiner Kochausbildung bei dem berühmten englischen Drei-Sterne-Koch Marco Pierre White reiste er durch Italien, Frankreich und Spanien, um die europäische Küche zu erlernen und neu zu interpretieren. Er tritt in England, den USA und Australien in zahlreichen Kochshows auf. 2006 wurde er, eher ungewöhnlich für einen Koch, vom amerikanischen People-Magazin neben Brad Pitt und George Clooney auf die Liste der Sexiest Man Alive gewählt. Einfach genial und genial einfach. Kochen mit Curtis Stone. Das Kochbuch ist bei VGS erschienen. Das Kochbuch ist bei VIM-MU.